Guten Morgen nochmal von uns Tatjana Okutina, die in Lille, Frankreich lebt und ich heiße Christine Kain. Ich lebe in Duisburg, Deutschland und wir freuen uns heute über Erwartungen zu sprechen und zwar von Kunden, Verbrauchern und was uns da ins Haus steht. Zukünftige Trends, gesellschaftliche Entwicklungen, technologische Entwicklungen und die Auswirkungen auf Marketingstrategien. Das sind Fragen, aber wir werden wahrscheinlich in 30 oder 40 Minuten das nicht alles beantworten können. Wir wollen nur einen Teaser setzen, ein paar Ideen dafür, wie Vertriebler, Vermarkter in Zukunft darauf reagieren können. Ich hoffe, dass mich auch jeder lautstärkemäßig verstehen kann. Gut, super. Wir haben natürlich einen riesigen Trend und zwar den demografischen Wandel. Ich habe früher mal für den großen Einzelhändler, den Konzern Metro gearbeitet und der ehemalige CEO der Metro Gruppe, Herr Körber, hat in einem Interview mal gezeigt, wie dramatisch die Veränderung sein wird in Zukunft, wie die Auswirkungen der Demografie auf Unternehmen sind. Er sagte damals, wenn die Geburtenrate sich nicht verändert, dann werden nur noch 50 Millionen Menschen in Deutschland im Jahr 2050 leben. Dann wird es in Deutschland genauso viele Menschen geben, die über 80 sind, wie Bewohner, die unter 20 sind. Und dann hat er gesagt, wir sind wie jemand, der aus einem Hochhaus rausspringt und dann am 28. Stock vorbeifliegt und sagt, bis jetzt hat es ja noch gut gegangen. Das Fenster der Gelegenheiten, um eine Antwort darauf zu finden, schließt sich nämlich langsam. Er war sehr dramatisch in Bezug auf die Situation und das ist natürlich eine sehr deutsche Sache. Wir haben unterschiedliche Gesellschaften in der Welt. Ich weiß nicht, wo Sie herkommen und ob Ihre Bevölkerung sich anders ändern wird als unsere. Aber das war zumindest die Herausforderung in Deutschland. Wenn man heute in Verbrauchermärkte geht, dann ist die Haustürabteilung größer als die Babyabteilung. Und das muss einem doch zu denken geben. Relevant zu sein, wichtig zu sein, heißt für ältere Leute hochwertige Produkte zu finden, die lesbar sind. Und auch Mitarbeiter, die die Sprache sprechen, der Verbraucher und die man nicht diskriminiert, warum beispielsweise Gesundheitsprobleme als Nachteil betrachtet sind. Es geht also nicht nur um die Produkte, es geht auch um die Kommunikation und den Service. Also mir gefällt dieses Beispiel für die Lesbarkeit von Produkten im Laden. Was ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden Tomaten-Marken? Ich habe jetzt schon ein Problem, das zu lesen. Ich kann das kaum lesen. Und ich weiß gar nicht, welche die scharf ist und welche die nicht scharf ist. Ja, das Interessante an der Sache ist, sie sind mit Sicherheit nicht über 60 Jahre alt. Ja, wenn ich mich nicht irre, ja. Ich wollte dieses Problem meinem Mann ja mitgeben, der also regelmäßig die Rechte mitbringt. Wir haben so viele Schafe, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, wo ich die aufheben sollte. Ich wollte die sogar mitbringen und hier verteilen. Aber genau, die Lesbarkeit der Produkte ist das Problem. Und all diese Phänomene haben natürlich eine riesige Auswirkung auf das Gefühl des Verbrauchers, wichtig zu sein. Wenn ich also zehnmal das falsche Produkt nach Hause bringe, weil ich es nicht lesen kann, dann gehe ich da einfach nicht mehr hin. Relevanz ist natürlich ein Riesenthema und das ist ja auch für die Metro ein Riesenthema, eine der größten Einzelhandelsgruppen. Es ist aber auch eine Frage der Strategie und zu verstehen, wo es hingeht. Und das hat auch eine Riesenauswirkung auf die Marketingleute, die mit all diesen Veränderungen fertig werden müssen, die richtig kommunizieren müssen und auch wieder den Zugang zum Verbraucher finden müssen. Die Frage stellt sich also, wie planen und sagen eben Unternehmen die Erwartungen von Verbrauchern voraus? Bei Natur beispielsweise wird im Jahr 2018 ganz an die oberste Stelle gesetzt. Dieser Wertetrend hat sich im Jahr 2020 völlig geändert, als Corona kam. Da war plötzlich Gesundheit der wichtigste Megatrend bei den Menschen. Und im Jahr 2022 hat es sich dann wieder verändert, als der Krieg kam. Da war es plötzlich die Sicherheit. Wir wissen also nicht, wie wir mit sowas umgehen können und die Zukunft ist eben nicht vorhersagbar und die Prioritäten ändern sich auch aufgrund der politischen Prioritäten. Und wie die Leute damit umgehen, verändert sich oder variiert nach Industrie und Branche. Die Deutschen haben Angst vor Unsicherheit. Sie haben Angst vor vielem. Sie wollen Unsicherheit vermeiden. Verstehen Sie mich nicht miss, aber es ist doch viel besser eben nicht nur zu reagieren, sondern die Zukunft zu planen. Es wird also immer komplexer. Und deshalb zeigen wir verschiedene Szenarien für Einzelne und wie Firmen darauf eingehen können. Ich möchte nur ein paar kleine Trends hier ansprechen. Die Konnektivität, das ist kein kleiner Trend. Nein, ist es durchaus nicht. Immer on zu sein, immer verbunden zu sein. Es ist ein Riesentrend, ein Megatrend. Und Konnektivität in Sachen Technologie ist auch ein Megatrend gleichzeitig reagieren die Leute aber auch und sagen, ich hau jetzt einfach mal ab, ich gehe fischen, ich will jetzt mal offline sein. Mobilität ist ein Riesentrend und nicht nur Fahrzeuge, sondern auch der Arbeitsplatz, an dem ich arbeite, wo ich hinreise, wo ich meine Freizeit verbringe. Das ist übrigens mein Mann, der nicht zu Hause arbeitet, sondern auf einer netten Insel namens Norderney, wahrscheinlich kennt keiner diese Ecke. Der hat also im Kurhaus gesessen von morgens bis abends und er hat sich gewundert, dass plötzlich Leute sich zu ihm gesetzt haben und mit ihm Kaffee trinken wollten. Und er hat sich gefragt, mein Gott, ich habe doch jetzt einen wichtigen Call, wie können denn mit mir Kaffee trinken wollen? Also nicht nur in der Industrie, ob es jetzt Carsharing oder Bikesharing ist. Das sind Rieseneinflussfaktoren und natürlich die Personalisierung, die nimmt zu Maß Customization ist die industrielle Antwort darauf. Wir wollen die Dinge wirklich industriell, aber personalisiert herstellen. Das ist ein Überblick vom Zukunftsinstitut und das kann jetzt leider Gottes überhaupt keiner lesen, aber es gibt so viele Megatrends und so viele Untertrends und Werte, die sich permanent wieder ändern, dass die Welt wirklich sehr, sehr kompliziert geworden ist und damit eine Riesenherausforderung für Vermarkter. Ich habe also jetzt nur das Intro geleistet, ich gebe da auch keine Antwort drauf, aber das ist einfach die Frage, wo geht die Reise hin und wie reagieren Marken darauf, um wieder näher am Verbraucher zu sein, um die Dinge in der Kommunikation wieder relevant zu machen. Und für diesen Teil möchte ich Tatjana Okutina auf die Bühne bitten. Wir kennen uns aus Moskau und aus Paris virtuell, aber zum ersten Mal physisch getroffen haben wir uns hier in Mülheim. Also herzlich willkommen und wir freuen uns auf Ihre Einblicke. Ja, vielen Dank. Ich bin Russin, lebe aber in Frankreich. Und habe als Beraterin begonnen, habe aber 15 Jahre lang vorher Teams in Russland gemandagt und auch in einigen ehemaligen Sowjetrepubliken, also Weißrussland oder Ukraine und Kasachstan, aber auch in China. Und ich habe vor allen Dingen dem Inspirationsprogramm von Leroy Merlin vorgestanden in Frankreich. Und meine Leidenschaften sind das Motorfahren. Das erste Thema dreht sich um Konnektivität und künstliche Intelligenz. Und wie wir KI genutzt haben bei Leroy Merlin, um eben relevante Kampagnen aufzusetzen und relevante Customer Journeys zu gestalten. Ich denke mir, jeder kennt das AIDA-Modell von St. Elmo Louis. Das ist ja nicht neu. Das ist also wirklich im späten 19. Jahrhundert entwickelt worden, der eben gezeigt hat, wie man Botschaften effizient absetzt entlang der gesamten Kundenjourney. Und ich glaube, dass das immer noch ein aktuelles Modell ist, immer noch relevant für heute. Aber jeden Tag stehen wir als Verbraucher vor Tausenden von Botschaften. Wie soll ich denn da noch relevant sein und etwas auslösen? Deshalb möchte ich heute zeigen, wie wir versucht haben, das zu tun. Und ich werde drei Business Cases zeigen für Leroy Merlin. Also das ist eine tolle Zahl hier. Und das sind die Botschaften, die jeden Tag in der Welt mitgeteilt werden. Also 27 Millionen verschiedene Werbebotschaften werden jeden Tag ausgespielt. Das bedeutet, dass jeder Mensch 10.000 Botschaften pro Tag sieht. Und wenn man da mal das hochrechnet, die Halles-Gruppe in Paris hat das mal ausgerechnet. Und die haben gesagt, dass eine Person vielleicht 500 Botschaften wahrnimmt. Aber wie viel erinnert er oder sie davon? Es sind vielleicht zwischen 50 und 60. Wie schaffen wir es also, unter dieser Riesenmasse von Botschaften, unter diesen 50, 60 relevanten zu sein? Ja, es gibt viele Botschaften und trotzdem nur die Hälfte des Markenkontents wird erinnert. Die Verbraucher sehen das nicht als relevante Botschaften für sie an. Für sie sind diese Botschaften nutzlos, obwohl sie sie wahrnehmen. Aber zwei Drittel der Verbraucher sagen, wir brauchen relevante Botschaften. Wir brauchen diese Werbebotschaften. Wir wollen, dass die Marken mit uns sprechen, aber sie sollen uns etwas Sinnvolles sagen. Der erste Fall. Sprechen möchte ich über ein Projekt bei Laura Merlin. Haben wir 2016 angestoßen und da haben wir KI 2019 dafür eingesetzt. Und die Frage lautete damals, okay, wir haben die Marken, das Markenbewusstsein, wir haben auch die Betrachtung von Marken, dass sie berücksichtigt werden und die Konversion. Aber wann wird ein Heimwerkerprojekt wirklich im Kopf real? Wann wollen wir unsere Küche reparieren? Gehen wir dann sofort online und gucken, gibt es da was Neues? Nein, sondern wir reden erst mal, haben also schreckliche Gespräche mit dem Ehemann. Ja, ich möchte eine neue Küche. Und wenn beispielsweise ein neues Kind ins Haus kommt, wir ein neues Zimmer brauchen. Aber das entsteht oben im Kopf und nicht online und die Marken erkennen das nicht. Und deshalb haben wir eine semantische Analyse gestartet von allem, was wir konnten über KI, um zu begreifen, was Inspiration eigentlich ist. Wie ein Projekt plötzlich in den Kopf der Leute kommt und wie Le Rouen-Melin plötzlich in diese Vor-Kauf-Phase rein kann, um relevant zu werden. Damit die Marke also als Hilfe betrachtet. Hier haben wir also erst mal alle Dinge über KI analysieren lassen. Erst mal haben wir also das jedes Jahr natürlich auch aktualisiert, weil sich die Trends ja jedes Jahr verändern. Das heißt, ein Heimwerker-Projekt, beispielsweise jetzt, kümmert sich um die Unterbringung von Fahrrädern in Wohnungen oder Häusern, weil eben das Fahrradfahren so en vogue ist. Und diese Trends, die kann man mit der KI zwar analysieren, aber man muss sie selber erst mal herausfinden. Die KI hat eine semantische Analyse gefahren dazu, wie man die Angebote analysieren kann, was eben zur Verfügung steht für Heimwerker-Projekte, Küche, Bad oder sonst sowas. Und dann sind also die Schlagwortsuche auf Google untersucht worden, was die Leute also wirklich suchen und wissen wollen. Und dann hat die KI die Themen auch auf Social Media ausgewertet. Welche Fragen werden da gestellt? Welche Themen rufen da das meiste Interesse hervor? Dann hatten wir also jede Menge Excel-Spreadsheets und jede Menge Schlagworte. Und dann haben wir das eben in semantische Felder geklastert. Und da hatten wir immer noch rund Dutzend Cluster, die wir versucht haben zu gruppieren in ein großes Cluster, um eben einen strategischen Blick zu erlangen. Und dann haben wir unsere Erkenntnisse über ein Qualitätstool abgeprüft. Also mit Fokusgruppen, also das waren unterschiedliche Leute, an denen wir abgeprüft haben, ob das auch stimmt, wie sie eben eine Inspiration bekommen, bevor sie tatsächlich ein Heimwerker-Projekt zu Hause anfangen. Der dritte Schritt war die Strukturierung, damit man das eben jeden Schritt klar sehen kann, weil Inspiration ist sowas Abstraktes. Was zieht man nun da als Marke raus und wie kriegt man den Kunden überzeugt? Und der vierte Schritt war natürlich die Kommunikation und die Medienstrategie. Wir haben also wirklich die Content-Themen für jedes Jahr, für jedes Heimwerker-Projekt genau neu gewählt und ausgesteuert. Und dann eine entsprechende Strategie dementsprechend entwickelt, was jetzt Design angeht und wie wir unsere eigenen Medien gestalten. Das sind die Erkenntnisse und das sind die drei Stufen der Inspiration. Durch die KI haben wir herausgefunden, dass die Inspiration eine Reise ist und dass man die wirklich in drei Stufen unterteilen kann. Die erste Stufe, da denken wir normalerweise dran, wenn wir Inspiration sagen. Das ist nämlich der Traum, die Vorstellung. Leute träumen von etwas, aber nehmen wir mal das Beispiel Florenz. Sagen wir mal, dass jeder hier im Saal davon träumt, nach Florenz zu fahren. Das ist doch schön, aber es bleibt ein Traum. Aber ich plane das jetzt nicht, weil ich eben noch dies und das machen muss und ich habe auch nicht genügend Urlaub noch übrig etc. Aber wir sehen dann immer wieder Content auf Instagram, Pinterest über Florenz. Und jetzt stellt sich für uns als Marke die Frage, was muss ich tun, um die Leute von diesem Stadium zu konvertieren auf das zweite Stadium. Nämlich das Stadium, wo die Person drüber nachdenkt. Ah, ich könnte ja mal planen, nach Florenz zu fahren. Ich suche mal nach ein paar Orten, wo ich übernachten kann. Bisschen Zeit ziehen. Dann spricht man mit Freunden. Sollen wir nicht zusammenfahren? Was da die Marke anbieten sollte, wird jetzt wichtig, um eben diesen Anreiz zu geben, schließlich nach Florenz zu fahren. Und diese zweite Stufe ist eben die Untersuchung des Projektes. Und der dritte Schritt ist eben Call to Action. Das ist noch nicht der Kauf. Das wäre der Marketing-Trichter. Das ist noch der Konversionstrichter. Da kann ich beispielsweise sagen, gibt es mal Tickets, Eintrittskarten hierfür oder gibt es beispielsweise noch Platz in diesem B&B Hotel? Und wir wollen dann den Verbraucher in diesen Konversionstrichter führen, dass eben die Marke den Verbraucher da vorsichtig hinbringt in diese dritte Stufe. Und in unserem praktischen Fall haben wir die semantische Modellierung vorgenommen und haben dann also als Schlussfolgering sogenannte Personas entwickeln. Und das sind vier Hauptverbraucher oder Kundenpersonas, die man charakterisieren kann. Die älteren Leute beispielsweise sind viel fordernder, was also die Wertigkeit von Produkten angeht und die Qualität. Also konkrete Bedürfnisse verbinden sich mit jeder Stufe für jede Persona. Was ist beispielsweise am wünschenswertesten für diese Personen? Wo sucht sich die Person diese Inspiration? Ist es über das Fernsehen, Pinterest, Showrooms oder Läden oder Architektur darstellen oder was auch immer? Wo holen sich die Inspirationen? Und welche weiteren Anreize sind notwendig, um in den zweiten Schritt zu gelangen? Welche Kriterien wenden wir denn jetzt an für die, sagen wir mal, Begehrlichkeit eines Produktes? Denn wir wollen ja den Verbraucher glauben lassen, dass er es schafft, dass er es machen kann, dass er es tun kann. Diese Markenreise soll ihm vermitteln, dass er das nötige Wissen hat, soll ihm die entsprechenden Kenntnisse vermitteln. Und im dritten Stadium stellt sich die Frage, welche Produkte und Dienstleistungen brauchen die Kunden denn nun? Brauchen wir einen exklusiven Surface oder suchen wir eben nur eine Lieferung von Produkten? Und so weiter und so fort. Das haben wir genau gemacht und dadurch konnten wir dann in der Folge etwas entwickeln entlang dieser Themen. Und deshalb haben wir 2019 damit begonnen. Das ist ein ganzheitlicher Ansatz, riesig. Wir haben jeden Touchpoint abgedeckt und wir fangen also jedes Mal mit dem Content an. Und für jeden Monat wissen wir also ganz genau, in welchem Monat über welches Thema wir sprechen müssen. Und das hat nicht mit Umsatz zu tun, denn die Nachfrage, die steht ja vor dem Umsatz. Da ist immer eine Lücke zwischen eben der Nachfrage und dem Umsatz. Da geht es ja eben nicht nur um einen Wasserhahn, der kaputt ist, ja, sondern ich meine große Heimwerkerprojekte, ja, also komplette Umbauprojekte. Deshalb haben wir also für jedes Jahr Themen gesetzt für den Content, den wir entwickeln. Wir haben 15.000 Content-Elemente, die eben nützlich inspirieren und lehrreich sein sollen. Der zweite Bereich sind die bezahlten Medien. Wir suchen eben die Kernmedien aus. Ach, die eigenen Medien, sorry, ich habe mich da verguckt, sagt die Rednerin, um da unseren Content zu veröffentlichen. Denn wenn man die Customer Journey versteht, dann weiß man, dass man Content aussuchen muss. Für einige Leute ist der Kanal Facebook, andere Instagram und für andere ist es Google Search. Das heißt aber, dass man das dann auch entsprechend anpassen muss, den Content für jeden Kanal. Und der dritte, der vierte Bereich sind die eigenen Medien. Wir haben also eine Struktur geschaffen, um die Verbraucher eben auf ihrer Journey zu begleiten. Was inspiriert die? Sind das die Quadratmeter oder sind das eher die Oberflächen, Materialien etc.? Dann haben wir Szenarien entwickelt, die dazu passen, damit wir wirklich in diese Konversion kommen zur Aktion. Und Aktion heißt, dass wir entweder einen Kontakt bekommen, den wir wieder ansprechen können, um zu konvertieren. Oder es ist schon Besuch in einem Leuramelin-Laden und Einkauf. Die Ergebnisse sind wirklich gut. In ein oder zwei Jahren haben wir es geschafft, eben von einer Marke, die also als Reparaturmarke gesehen wurde, zu einer Marke zu werden, die wirklich inspirierend für den Heimwerker ist, wir haben mehr Wissen jetzt mehr über maßgeschneiderte Customer Journeys, als wir es jemals zuvor wussten. Wir haben eben nicht so kleine Elemente, die wie Patchwork aussehen, Flickwerk. Dadurch können wir also wirklich super Kampagnen fahren und damit können wir beispielsweise auch den Content nutzen, um wirklich Kontakte zu schaffen und auch zu aktivieren. Ich persönlich habe mich wahnsinnig gefreut, dass es uns gelungen ist, auf Pinterest zu wachsen, von unter drei Millionen im Juli auf über fast zehn Millionen Follower in nur zwölf Monaten. Indem wir nur wirklich die richtigen Themen gewählt haben und die richtigen Schlagworte. Natürlich mit dem Wissen zum Content. Da haben wir also wirklich erstaunliche Ergebnisse erzielt. Ich mache mal kurz auf die Zeit schauen. Ja, gut. Damit ich jetzt nicht abweiche. Dann ein weiteres Projekt, das ich nicht selber leite, aber trotzdem eben vorstellen möchte. Das war eine große Inspiration für mich. Jeder weiß ja, dass bei Corona es unglaublich viele Online-Trainings gegeben hat in China. Vor allen Dingen jeder wollte da auch Trainings machen online. Aber das Problem ist, dass man unglaublich viel Zeit zur Planung braucht. Aber das Ergebnis, die Monetarisierung war nicht gut. Denn die Leute haben das wie ein Webinar genommen. Die haben sich die Produktvorführung angeschaut, aber haben nicht gekauft. Und ich habe ein Start-up aufgetan im Video. Ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben. Das ist also ein Haushaltsgerätehersteller. Die sind in Russland wirklich ganz führend. Ein Riesenunternehmen. Und die haben entschieden, mit iZone zusammenzuarbeiten. Ja, ich kann das mal eben machen. Ein Start-up. Und die haben Livestream angeboten. Wenn die Person jetzt, also der Verbraucher zu Hause online ist, während Corona, dann konnte man also eine Produktseite aussuchen oder ein Produkt. Und dann hatte man einen Button. Und mit dem konnte man einen Call auslösen. Ja, ich klicke da mal drauf. Beispielsweise wollen Sie einen Termin machen. Und Isabel ist also dann tatsächlich ein natürlicher Mensch, der dann anruft. Ja, nicht im Laden, weil der ja geschlossen ist während Corona. Aber man wird angerufen. Und in diesem Falle, im Video habe ich das ja selber gemacht. Ich habe die mal angerufen, wollte wissen, wie das geht. Man hat da auf den Button geklickt. Neben dem Produkt. Und dann hatte ich eine Beraterin dran, Isabel. Oder aber man kriegt angezeigt, wann man von einem Berater kontaktiert wird. Das ist ein Videochat. Aber man hat eine einzelne Beratung, eine persönliche Beratung von einem Menschen, der eben einen Fernseher vorstellt oder eine Waschmaschine präsentiert, auch die Fragen beantwortet. Ich fand das super spannend. Denn das ist nicht virtuell. Das ist ein echter Shop. Ja, und es sind auch echte Menschen. Und die haben also wirklich an Offline-Kunden verkauft. Natürlich gegen die Gebühr. Ich weiß nicht, wie das jetzt geregelt worden ist. Aber es gibt auch Beziehungen zu den Daten. Nämlich da werden Daten vom System generiert. Und wie über eine API wird das wohl gesteuert. Warum ich das jetzt zeigen will? Naja, weil die Resultate so toll sind. Das ist ein Unternehmen, das also Ergebnisse wirklich ganz oben auf der Agenda stehen hat. Die Shareholder achten da schon drauf. Im Jahr 2020. iZone sind jetzt auch in Europa unterwegs. Das weiß ich. Aber bei 50.000 Sessions in diesen Monaten nicht schlecht. 5.000 Berater und jeder fünfte Beruf ist abgeschlossen worden mit einer Transaktion. Das heißt eine 10-mal höhere Konversionsrate als beim Online-Shopping. Will also heißen, wenn wir neue Technik mit intelligent, mit echten Menschen und echter Interaktion kombinieren, dann wird das für den Verbraucher wirklich wichtig. Und dieser Service ist jetzt zum Standard geworden für Russland. Passiert jetzt natürlich nicht mehr so, weil ganz, ganz viele internationale Marke natürlich den russischen Markt verlassen mussten. Aber es gibt es noch. Und der letzte Fall, den ich vorstellen möchte, da geht es um Mass Customization und darum, wie eben unterschiedliche Technologien, die wir vor zwei Jahren ja auch nicht mal kannten, uns dabei geholfen haben, mehr und mehr Content rauszuleiten. Wenn man eben so viele Customer Journeys hat und 15.000 Einheiten an Content liefern müssen, wie machen wir das dann? Nun, wir haben gefragt, wie können die Technologien uns dabei helfen? Es war eine Riesenmischung und ich bin absolut sicher, dass Sie da viel, viel versierter drin sind, als ich das bin. Aber ich möchte Ihnen als Vermarkter einfach mal ein Feed geben. Wir haben ein Damm-Projekt aufgesetzt. Letztes Jahr haben wir das aufgesetzt. Und unsere Arbeit als Vermarkter war es eben, die richtigen Rules zu setzen, Dauer beispielsweise und Indexierung, weil es ich ja im Damm brauche, damit ich eine Kampagne auch wirklich auf meine Kunden maßschneidern kann. Dann habe ich als Referenzen Rot beispielsweise genommen, wir müssen Rot 1, Rot 2 haben, weil eben die, das ist also wirklich viel anspruchsvoller als die technische Indexierung beispielsweise von Rosa oder Pink. Dann mussten wir natürlich auch dynamische Optimierungstools einsetzen, weil wir ja auch automatische Templates haben mussten. Und dann brauchen wir natürlich auch 3D-Anbieter, um in der Lage zu sein, 3D-Korrekturen vorzunehmen vom Content, den wir schon gehabt haben, dass wir den also neu aufbereiten können. Und wir mussten natürlich auch diese Schlüssel-Szenarien entwickeln für die Kommunikation. Schon klar. Erstes Beispiel. Das ist das Bild, was der Kunde auf Pinterest finden würde, ja, also für draußen, für die Terrasse. Und wenn dann eben dieses Bild angeklickt wird auf Pinterest, Pinterest ist ein guter Ausgangspunkt, weil da die Leute normalerweise schon in der zweiten Phase der Inspiration hingehen. Automatisch wird dann der Nutzer auf die Webseite weitergeleitet, wo es eben mehr Informationen gibt zum Nutzen beispielsweise, die Besonderheiten des Projektes oder Produktes. Und dann kann er entweder den redaktionellen Text einsehen oder aber die Person quittet, bricht dann ab und das ist auch möglich. Gleichzeitig haben wir auch den anderen Kunden, der eben was auf Instagram gesehen hat. Der hat sich eben für Outdoor-Kitchen-Küchen interessiert. Und dann kann er auf dieser Seite eben die technischen Grundausstattungen des Produktes sehen. Und dann, vielleicht will er da noch weiter reinsteigen, selbst wenn er das überspringt, wird er nachher noch mit einer Werbung zum gleichen Thema wieder eingefangen. Das heißt, wir als Marketing-Teams müssen eben ganz, ganz schnell tausende von Inhalten rausdrücken. Ja, wir wissen, dass Templates dabei helfen, aber das ist nicht so einfach. Beispielsweise, um das umsetzen zu können und auch einen guten Betrieb für Vermarkter sicherstellen zu können, darf es nicht zu technisch sein, weil zu technische Dinge mögen wir nicht. Wir machen gerne Dinge von Anfang an, aber hier nehmen wir ja schon was Bestehendes, müssen das aktualisieren, die Regeln anpassen und das mögen wir eigentlich gar nicht so gerne, was Gebrauchtes nochmal zu nutzen. Und das ist einfach so in den Leuten drin. Ich will das selber schöpfen, ich will nicht was Altes aufbereiten, aber es erlaubt einem aber eben gleich eine ganze Anzahl von relevanten Customer Journeys zu entwickeln. Und damit kommen wir auch schon zum Fragenteil. Ja, also einige Leute mögen sagen, es ist ein sehr komplexes Thema. Wir haben wahrscheinlich nicht alle Fragen in 30 oder 40 Minuten beantworten können, aber vielleicht haben wir ja noch ein paar Minuten, damit Sie Fragen stellen können, wenn Sie denn möchten, dazu, wie man eben Verbraucher in einer so komplexen Welt wieder zurück zur Marke bringt. Ja, nein, kein Problem, denn auch die Kaffeepause wartet ja schon. Wir sind ja die ganze Zeit heute und morgen noch da. Wenn Sie also Fragen haben sollten, sprechen Sie uns gerne an. Und nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus 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 Applaus